So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Ihr wolltet immer mal wissen, wie die Grünen abzocken? Ich sage es euch. Es ist nämlich in Zahlen auch ganz einfach festhaltbar. Und man muss dazu sagen, viele Leute wissen das nicht und sind da gar nicht auf dem Laufenden. Wenn ich zum Beispiel an meinem Instagram oder auch bei TikTok das Video, folgt mir gerne bei den Plattformen links unterhalb des Videos in der Infobox, am Januar diesen Jahres zurückdenke, da habe ich darüber informiert, dass die CO2-Steuer jetzt zum 01.01. wirkt. Und da habe ich zahlreiche Kommentare drin gelesen, wo einige geschrieben haben, ja, wenn ihr die Grünen wählt, dann wird das weiter so laufen, dann werden wir noch mehr bezahlen, etc. Was richtig ist, was definitiv richtig ist. Andere haben dann darunter geschrieben, ja, aber das kann doch gar nicht sein. Die Grünen, die sind doch gar nicht in der Regierung, etc. Ja, und dann merkt man einfach, dass die Leute schlichtweg keine Ahnung haben. Denn es ist einfach so der Fall, dass nämlich die Grünen auch maßgeblich dafür zuständig waren damals, als das Kohleausstiegsgesetz durch den Bundestag gegangen ist und beschlossen wurde, und so weiter und so fort. Und auch haben die Grünen den Vorschlag der Bundesregierung, für die Tonne CO2 zu bepreisen, im Bundesrat abgesegnet, um noch zu sagen, sie haben sie sogar auch noch erhöht. Durch sie ist der Betrag bei aktuell 25 Euro pro Tonne CO2. Durchschnittlich verbraucht ein Bürger in Deutschland ca. 11 Tonnen CO2 pro Jahr. So, und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Grünen jetzt sogar noch fordern, man müsse das auf 60 Euro erhöhen aktuell. Da muss man sich alleine mal diese Differenz von 35 Euro ausrechnen. Nehmen wir hier meinen Taschenrechner, machen wir es mal ganz plakativ. 35 Euro mal diese 11 Tonnen macht 385 Euro für jede Person. Jetzt nehmen wir eine kleine vierköpfige Familie. Dann sind das mal eben flockige 1540 Euro im Jahr, was die Grünen mehr kosten. Nur wenn sie einfach an der Macht sind. Und nochmal, wo geht dieses Geld hin? Werden dadurch neue Bäume gepflanzt? Wird dadurch irgendwas Sinnvolles für die Umwelt wirklich getan? Ich vermisse diese Infos darüber. Das ist der Betrag, den es mehr kostet, wenn die Grünen diese Sache CO2 auf 60 Euro pro Tonne pro Person durchsetzen, für eine vierköpfige Familie im Monat. 130 Euro. Leute, 130 Euro. Das ist unfassbar viel Geld. Ja, es kursieren weitere Beträge in diesem Sinne. Heißt, die CSU alleine ist schon ähnlich drauf wie die Grünen, sodass ein Söder sich ja auch ausspricht, wir brauchen eine grünere Politik und so weiter und so fort. Man hat einfach rausgefunden, dass die junge Wählerschaft auf dieses nachhaltige Thema meiner Meinung nach sehr, sehr abgeht. Und dadurch, man versucht, sich dadurch natürlich irgendwie auch die interessierten Wähler rüber zu holen. Was anderes sehe ich bei der CSU nicht. Und so heißt es nämlich hier, bei br.de wurde nämlich hier vom Landesgruppenchef mit dem Dobrindt gesprochen. Und die, so heißt es hier, Landesgruppenchef Dobrindt fordert im Münchner Merkur die Bepreisung schon nächstes Jahr auf 45 Euro, statt wie geplant 30 Euro putternde CO2 oder ausgestohlenes CO2 zu erheben. Und das muss man sich mal reinziehen, wie der Bürger hier gegängelt wird. Und ich finde die 25 Euro auch schon alleine so dreist. Weil, bedenkt doch einfach mal, wir sind in der aktuellen, Anführungszeichen, guten Situation, dass der Ölpreis relativ niedrig ist. Jetzt wird auch noch eine graue Zeit, das ist logisch, das wird passieren, diese Zyklen sind immer sehr ähnlich, der Ölpreis ansteigen. Was passiert dann? Dann kostet der Sprit nicht nur, in Anführungszeichen, wie es jetzt ist, 1,50 Euro, 1,70 Euro in dem Bereich pendelt der aktuell für super, sondern dann, sagen wir mal ganz schnell Richtung 2 Euro. Aber den Grünen spielt das in die Karten, die wollten ja eh mal 5 Mark der Liter Sprit schon vor Jahren durchsetzen. Jetzt sind wir da ungefähr bald angekommen, wenn er da mal 2,50 Euro gelandet ist. Es ist einfach nur krass. Und man muss sich ja überlegen, das ist ja nur ein kleiner Bereich, das ist ja nur Klima CO2. Da gibt es ja noch viel mehr Themen, die die Grünen verfolgen, was die Grünen vorhaben und was uns das alles kosten wird. Das ist schon ganz extrem. Schreibt doch mal eure Meinung unten rein, wie soll man das vor allem bezahlen? Gerade in der aktuellen Situation ist es doch saumäßig schwer und von Betroffenen, die arbeitslos sind, die in Kurzarbeit sind, Restaurants, die geschlossen wurden und so weiter und so fort. Also Unverschämtheit. Das nächste Thema dreht sich jetzt mal hier wieder ganz klar um Überwachungsstaat. Und da hinten im Regal seht ihr es, ich habe drei Ausgaben von dem Buch von George Orwell 1984 und ich sehe immer mehr Parallelen, die sich hier auftun. Wenn man jetzt dieses Thema hier nimmt, ich habe da vor einem halben Jahr ungefähr, würde es sein, im letzten Jahr nämlich schon darüber berichtet, da war ich noch der Verschwörungstheoretiker. So was würde die liebe, liebe Mutti und die Regierung doch nicht machen. Nein, das ist doch Quatsch, Olli. Wenn man sich mal überlegt, wie diese Regierung in den letzten Wochen und Monaten, überhaupt Jahren, aber besonders in den letzten Monaten agiert, die haben Gefallen an der Macht gefunden, habe ich einfach das Gefühl. Und da wird jetzt jede Situation, die irgendwie irgendwo reinpasst, genutzt, um damit zu argumentieren, das wäre ja zum Schutz der Bürger, um unserer Grundrechte noch weiter zu berauben und so weiter. Und jetzt geht es hier im Speziellen darum, Geheimdienste sollen mitlesen dürfen. Und der eine oder andere, der mein Video aus dem letzten Jahr gesehen hat, wird sich daran erinnern, da gab es ja die Diskussion zwischen Union und SPD, ob man das denn machen könne, dass man auch die sogenannten Staatstrojaner, dass die Geheimdienste in Deutschland, auch der MAD, militärische Abschuldungsdienst und so weiter, dass die Behörden auf jeden Fall Trojaner nutzen dürfen. Die werden dann irgendwie für WhatsApp und anderen Messengern und so weiter gesendet und dann wird mitgelesen. Und, das ist das ganz Krasse daran, dann kann auch fingiert werden, dass man darüber selber schreibt. Das ist eine ganz, ganz heikle Nummer, was da für Möglichkeiten bestehen. Da habe ich auch so ein Test-Szenario von gelesen, in irgendeinem Technikmagazin war es auf jeden Fall, was sich dadurch für Möglichkeiten ergeben. Und versteht mich nicht falsch, dass dadurch natürlich wirklich Kriminelle aufgehalten werden alles, gar keine Frage, dass damit hier vorgegangen wird gegen irgendeiner, der irgendwas in die Luft jagen will oder sonst was. Oder auch Drogendealer oder sonst was. Vielleicht sollte man im Girlie mal aktiv werden, wäre vielleicht nebenbei gesagt auch eine Möglichkeit. Aber das ist ja politisch, okay, anderes Thema. Das Problem dabei ist, wir sehen doch aktuell einfach gerichtliche Entscheidungen, wir sehen die komplette Entwicklung in unserer Politik, verbandelt mit der Justiz auch noch. Und wir sehen einfach daran, dass vieles politisch entschieden wird. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Leute wie ich oder auch andere Leute, die die Bundesregierung und andere Sachen kritisieren, dann auch gesagt wird, ja, das ist aber krass bei dem da. Da müssen wir aber auch mal kontrollieren und mal gucken. Und im Endeffekt, was machen denn viele? Wir gehen hin und wir äußern unsere Meinung, wir äußern unsere kritische Meinung. Wir hinterfragen und wir nehmen nicht alles hin. Und das macht ihr genauso in den Kommentaren tagtäglich immer wieder, wenn jemand ein neues Video, und ich will mich nicht in den Fokus stellen, jemand ein neues Video hochstellt, argumentiert ihr sachlich, logisch und sehr kritisch. Und das ist gut und das ist wichtig. Aber so kommt man offensichtlich auf das Radar. Und die Welt schreibt hier soweit, dass sie die Informationen vorliegen haben, dass das Ganze wahrscheinlich noch in dieser Woche sogar in dem Bundestag zur Abstimmung kommt. Und der Gesetzentwurf, der soll dann eingebracht werden und der wird dann sowieso, wir kennen das ja mittlerweile, einfach durchgewunken. Das ist ja eigentlich nur noch so eine Formalie nach dem Motto. Und dann ist es tatsächlich so, dass hier, Zitat, dass die Geheimdienste Trojaner nutzen dürfen. Damit sollen die Spione an Informationen gelangen, die verschlüsselt über Messenger wie WhatsApp verschickt werden. Und die wird WhatsApp genannt, weil es der bekannteste immer noch in Deutschland ist. Aber da sind natürlich auch zahlreiche andere Messenger von betroffen. Und da muss man halt wirklich sich mal Gedanken machen, was hier in dem Staat eigentlich passiert. Das ist eine wirklich, wie hieß es damals? Oder heute müsste man dann eigentlich sagen, das ist der antifaschistische digitale Schutzwall? Also es ist schon verrückt, was hier passiert. Lest das Buch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder guckt zumindest den Film. Ja, Freunde, last but not least auch noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Söder stellt Öffnungen schon ab kommender Woche in Aussicht. Da bin ich erstmal ein wenig verdutzt. Haben wir nicht gerade vor zwei Wochen? Müsste ungefähr zwei Wochen her sein. Ein Gesetz im Bundestag verabschiedet. Dann ganz schnell durch den Bundesrat durchgeschoben. Wo zahlreiche Ministerpräsidenten sich darüber ausgelassen haben, wie schlimm das doch wäre. Aber haben zugestimmt. Ja, kann man ja mal machen. Sollte man aber nicht. Sollte man eher zurücktreten. Und dann auch noch unser Bundespräsident das Ganze am selben Tag unterzeichnet hat. Sodass der Föderalismus ad acta gelegt wird. Unter der Begründung, dass uns sonst die vierte Welle ganz schnell treffen würde. Eine oder jetzt zwei Wochen später ist aber irgendwie alles nicht mehr ganz so schlimm. Was ist hier los? Also was habe ich denn jetzt verpasst? Also irgendwas passt doch jetzt hier nicht zusammen. Warum war es denn dann so wichtig, vor zwei Wochen das ganze Ding noch zu machen? Und wann wird das zurückgenommen? Wann wird das Gesetz geändert? Das ist doch die grundlegende Frage. Und so heißt es nämlich hier von Söder, die Inzidenz sinkt. Sie liegt in Bayern bei 145. 17 Landkreise und Städte sind schon unter einer Inzidenz von 100. Außengastronomie, Theater und Kinos, schreibt die Welt, sollen öffnen dürfen mit Tests und Terminen. Sofern die regionale 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Und nebenbei gesagt, das ist es, was ich für euch vor drei Monaten schon prophezeit habe, dass alles auf die Testbasis hinauslaufen wird. Und Leute, also was hier wieder los ist? Also kann mir das jemand bitte logisch erklären? Ich kann das nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite interessant, dass es auf einmal jetzt aber hier heißt von Herrn Söder auch noch, die Wiesen wird abgesagt. Die Wiesen wird abgesagt, aber ab der nächsten Woche sollen dann hier Öffnungen passieren. Interessant. Ganz ehrlich, kann ich mir keinen Reimlauf machen. Also einmal so, einmal so und dieses Hin und Her, ich finde es einfach nur noch zermürbend und sehr, sehr belastend. Schreibt aber eure Meinung gerne unten rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Daumen hoch fürs Video, freut mich sehr. Lasst uns anständig darüber diskutieren. Bleibt weiterhin scheiße, bis zum nächsten und ciao.